und hiermit ein herzliches willkommen beim tuxa so in diesem video geht es um den commodore c 128 und zwar möchte ich mich so ein bisschen näher mit dem basic beschäftigen weil er hat ja nicht das basic 2.0 wie der commodore 64 ist und das basic 7.0 also schon einige versionen besser könnte man zumindest vom namen her glauben aber ich denke mal die anderen bei der versionsnummer doch ein wenig übertrieben sagen wir es mal so und zur unterstützung habe ich hier noch ein buch gefunden von peter rosenbeck das commodore 128 handbuch und hier wird doch ganz gut schritt für schritt auf die einzelnen ja besonderheiten von basic 7 darauf eingegangen beziehungsweise auch von dem commodore c 128 also sehr gut geschrieben ja liest sich eigentlich so schön wie ein roman hätte ich beinahe gesagt also dann bin ich schon ordentlich schon versunken ja vom text her schön gegliedert halt eben kurz und knapp und bündig und auch wirklich jetzt von ganz anfang an einfach den basics hier praktisch werden hier gut beschrieben also das buch kann ich für den ersten einblick in basic 7.0 kann jetzt eigentlich nur jedem empfehlen ja und ich habe mir da auch schon so ein paar sachen da rausgesucht so ein paar befehle die ich sehr interessant fande und die möchte ich mal jetzt so ein bisschen step by step ausprobieren ich habe zwar schon so ein bisschen umgeklimpert aber viel mehr habe ich jetzt auch noch nicht gemacht ja so sieht der startbild aus commodore basic v7 122365 bytes free also im endeffekt schon ordentlich mehr als beim commodore c64 da lässt sich vermuten dass ich natürlich da auch dementsprechend ganz andere programme mit starten lassen zumal er ja auch zwei mega herz hat und nicht wie der c64 ein megahertz das stimmt auch nicht so ganz das werden wir auch gleich noch mal einmal ganz kurz testen da gibt es nämlich ein fast mode und ein slow modus das slow modus wäre eigentlich der standard modus dann läuft er auch nur mit 1 megahertz und beim fast dementsprechend dann mit doppelter geschwindigkeit und das können wir auch noch mal testen inwiefern sich das bemerkbar macht und wie man das praktisch ansteuern kann ich glaube da gibt es mehrere möglichkeiten aber ich möchte mich jetzt erstmal nur auf das normale standard basic beziehen und auch auf die 40 zeichen weil ich halt eben auch kein 80 zeichen bildschirm habe das heißt bildschirm schon nur nicht das richtige kabel dafür und für den ersten step sollte es auf jeden fall reichen ja schauen wir uns das gerät doch erstmal ein bisschen näher an kamera ist glaube ich ein bisschen unscharf aber ich denke mal das sollte jetzt gehen ich habe mir jetzt hier so eine kleine schablone gebastelt damit ich weiß was die f-tasten hier für funktionen haben soll man das sehen und weil ich auch ab und zu im c64 modus bin und da mit der action replay gerne arbeite und wenn man nicht durcheinander kommt habe ich mir das einfach auch mal hier so drauf geschrieben wer ein gutes gedächtnis hat braucht das nicht ich schon wie unterscheidet sich die commodore 128 tastatur vom c64 eigentlich von hier erstmal gar nicht also bis hier das eigentlich alles gleich kann man sagen nur die oberen tasten die sind anders und das ziffernblock ja ziffernblock funktioniert auch dementsprechend keine frage aber auch nur im c128 modus dann hätten wir noch hier üs und ös die gibt es dann dementsprechend beim 64 auch nicht und ich habe hier keine möglichkeit gefunden wie man die üs und es tippen kann vielleicht braucht man dann extra spezielle software für irgendwie wordstar oder ähnliches oder funktioniert nur im 80 zeichen modus keine ahnung also f1 hätten wir schlapp mäßig schon graphic und dann kann man halt eben dementsprechend dann auch schon in einem bestimmten grafik modus wählen gibt da verschiedene grafik modis und dann muss hier noch eine zahl hinter entweder 0,0 oder 1,0 und so weiter dann hätten wir mit f2 hätten wir ein die lot ja die lot und dann kann man natürlich dann dementsprechend irgendwie etwas eingeben und dann kann man dementsprechend von laden ok jetzt sagt er mir error das habe ich euch so ganz verstanden die lot wenn ich sag sternchen komma 8,1 jedes mal gibt es mir ein die lot ich weiß auch was mit der st2ic zusammenhängt weil normal starten geht auf jeden fall mit den normalen befehlen entweder so klassisch oder halt eben über dir dann dementsprechend dann so das directory angezeigt dann haben wir noch einen clear modus ja den verstehe ich auch nicht so ganz also selbst wenn man jetzt hier irgendwie etwas auf dem bildschirm stehen hat das hat man früher gemacht man hat dann einfach gedrückt run stop restore und dann hat man auch einen geclearten bildschirm gut was jetzt daran der unterschied ist weiß ich nicht das gleiche mit die save nein das war run run ok weil anstatt die drei buchstaben so zu tippen dann hätten wir die save unter f5 wäre analog zu die lot zu sehen wenn ich das etwas abspeichern möchte dann brauche ich halt eben nicht lot tippen gänsefüßchen oben man hat ja vier tasten weniger zu klicken dann ist noch run gut drei tasten weniger wo genau genommen eigentlich nur eine weil dafür muss man ja shift drücken und f5 und bei run muss man 1 2 3 ok und enter 4 also hätte man zwei tasten gespart list ok list ist das braucht man doch ständig und das ist auch schön schön griffbereit so schön in der ecke das braucht man ja ständig das ist eine sinnvolle taste und die auch sinnvoll ist finde ich ist f8 dass man sofort im monitor ist also das finde ich wirklich klasse wenn man sich ein bisschen drum austoben möchte geht das auf jeden fall dementsprechend dann out of the box ohne dass jetzt hier irgendwie etwas rum manipuliert wird aber wie gesagt mit den meisten belegen der f-tasten bin ich noch nicht ganz so hundertprozentig damit geworden man kann die wohl auch extra belegen da gibt es irgendwie ein key befehl und dann kann man sagen auf key f8 sollen die und die funktionen ran ok aber nur wenn man computer einmal ausmacht wieder anmacht sind die eh wieder weg insofern hm sinnhaftigkeit ist dann eigentlich auch jetzt nicht so gegeben ja und dann diese tasten hier ja keine ahnung wofür die sind also hier hat man ja unten diese tasten das bewegt genau das gleiche also ist irgendwie doppelt gemoppelt ja dann machen wir hier weiter was haben wir noch no scroll no scroll finde ich gut wenn ich zum beispiel jetzt ein programm habe ähm ich mach mal jetzt irgendein programm jetzt hier gebe ich mal jetzt ein was haben wir denn hier mal list gucken aha er hat noch das directory drin genau und da gibt es auch eine wunderschöne funktion wenn man bestimmte sachen löschen möchte ähm dell wäre ja zu kurz und zu einfach das heißt delete delete und dann gebe ich mal ein äh mach mal leerzeichen 0 bis äh sagen wir mal bis 9 so das hat ja alle zeilen von 0 bis 9 gelöscht auch wenn ich jetzt zum beispiel die zeile 100 weg haben könnte ich delete äh 100 bis 160 eingeben mache dann list na mache dann list und dann wären die zeilen weg also das finde ich ganz gut aber ich wollte ja auf das no scroll wollte ich ja nochmal zurückkommen ist das egal ich gebe jetzt mal irgendeinen Blödsinn jetzt hier ein so ich mache jetzt nochmal list und drücke auf no scroll und jetzt hat man eine richtige pause funktion also das ist wirklich eine sinnvolle sache dann kann man sich ganz in ruhe den code anschauen und dementsprechend dann sich hier durch hangeln also das habe ich beim commodore t64 schmerzlich vermisst kann natürlich auch dann behelfen indem man einfach her geht und one stop drückt nur habt ihr gerade gesehen ja da muss man schon flink sein und an der richtigen stelle genau drücken ist da nicht ganz so einfach ja früher konnte man das ganze auch noch mit mit der kontroll taste ab langsamen das ist wenigstens ein bisschen langsamer scroll das geht jetzt nicht mehr ich weiß nicht ob dafür eine andere taste jetzt vorgesehen ah doch ist jetzt nur gewandert auf die commodore taste ja ist okay das geht immer noch also die funktion ist nach wie vor gegeben ich wechsle mal eben die kameraperspektive damit ihr den den screen auch besser sehen könnt so ist das glaube ich jetzt mittlerweile besser so was hätten wir denn hier noch für schöne funktionen escape taste ja da könnte ich mal drauf eingehen da habe ich nämlich im buch etwas gelesen das besondere an der escape taste ist dass man die mit anderen buchstaben kombinieren kann und dann hat man auch mal irgend so eine spezielle funktion das könnte ich mal ausprobieren so was steht in dem schlauen buch geschrieben also alt ist jetzt für das basic erstmal ohne funktion ist für die programmierer wohl interessant die können das praktisch wie eine f-taste dann frei belegen tab ist denke ich mal auch klar das gibt man ja auch von der normalen tastatur und kann man dementsprechend in ich meine in 8er schritten kann man hier und her tappen kann man auch zurück tappen könnte ich mal eben testen ne man kann nur nach rechts tappen und wie viel man braucht für textverarbeitung ja warum nicht für das normale basic programmieren sehe ich da jetzt auch nicht so den sinn drin aber da das ja auch als büromaschine gedacht ist denke ich mal macht die taste dann schon sinn dann hätten wir hier noch DIN und ASCII ja da kann man einfach nur den zeichensatz ändern dann sehen die buchstaben halt eben dementsprechend jetzt hier so ein bisschen ja vielleicht schöner aus ach da und jetzt hätte ich auch das E und das Ö ok interessant dann brauchen wir einen anderen zeichensatz wenn ich jetzt ein E, ein Ü und ein Ö haben möchte oder was auch immer geht auch ein Buckel S? nee es geht wohl nicht hier ach da hätte ich das Buckel S oder auch SZ genannt ok jetzt gerade irgendwie was Neues entdeckt gut aber es gäbe das genau die kann man kombinieren mit verschiedenen Buchstaben ich meine von A bis Z ist alles mit dabei ich habe mal jetzt so die wichtigsten aufgeschrieben Modus ändern Einfügen Einfügen und Überschreiben genau wenn man jetzt hier einen Text hat ähm listen wir nochmal eben mein äh mein Programm so ich schreibe jetzt hier was rein ich nehme mal den unteren Text der äh Tuxa testet den Commodore C128 so dann ist es bis jetzt immer so dass sobald ich jetzt hier anfangen zu tippen ist man immer im äh Modus Überschreiben jetzt habe ich das gerade geschrieben und wenn man jetzt hier etwas einfügen möchte dann muss man sich immer so Platz schaffen und kann dann los tippen das ist ja jetzt so der Standardzustand wie man es wie vom Commodore C64 kennt aber jetzt hat man die Möglichkeit auch über Einfügen dementsprechend den Modus zu ändern und das funktioniert was ja gesagt mit Alt äh äh mit Escape plus A beziehungsweise mit Escape plus C ich mache mal Escape A das hat schon mal nicht funktioniert Escape C ne funktioniert auch nicht ne das funktioniert irgendwie nicht gut dann probiere ich mal den nächsten Modus aus frät den Cursor ein Escape E und A wenn einer meint ah da blinken geht mir auch auf den Keks dann kann man das Blinken auch irgendwie abstellen mit F oder mit E da jetzt hat es funktioniert jetzt wäre der Cursor ohne Blinken und kann man hier so lustig dementsprechend ohne Blinken mitarbeiten auch dafür gab es früher ein Poke Befehl ja also ist im Grunde genommen eigentlich auch keine wirklich neue Funktion sondern vielleicht nur irgendwie in den Tasten mit eingebaut sag ich mal wenn wer möchte dass er wer blinkt Escape F ne da muss man erst F und dann Escape drücken das ist irgendwie alles ein bisschen ich meine gestern hätte ich diesen Überschreiber in den Einfüge Modus hinbekommen ich versuche nochmal da jetzt geht es ah da muss man aber aber ganz genau drücken so wenn ich jetzt hier tippe dann bin ich im Einfüge Modus ne der VfL Bochum und ich sage ah ich möchte aber dass hier steht der schöne VfL Bochum ja äh ok die Funktion ist gegeben aber etwas ja pfff wie soll ich sagen ähm nicht gerade benutzerfreundlich nur wenn ich diesen Modus wieder weg haben möchte wäre das Escape A ne bin ich immer noch oder ist das Escape C ja Escape C ok den gibt es irgendwie muss man mit der Tastenkombination dann doch etwas ja etwas sensibler mit umgehen so was hätten wir noch für Modus Signalton äh hat bei mir noch nicht funktioniert wäre damit Escape G und dann soll er irgendwie Signaltöne ausgeben ich habe bis jetzt noch nichts gehört Bildschirm scrollen L und M ja ist irgendwie dann doch wohl ohne Funktion umschalten in 40 und 80 Zeichen Modus mit Escape 8 äh mit Escape X machen wir das mal ok jetzt ist der Cursor weg ist er jetzt abgestürzt ja ist schon ein wenig ist der Cursor weg ja ok kann natürlich sein weil ich jetzt weil man dass man dann jetzt dafür ähm äh 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 Monitor brauche auf jeden Fall wäre da zumindest auch so eine Art Hotkit mitgegeben einfügen inverse gibt es noch und hier scrollen nach oben und nach unten dachte ich mir so ah super das ist ja eine tolle Funktion die habe ich beim Commodore 64 vermisst ich scrolle mal mit V ok das ist erstmal nichts besonderes jetzt möchte ich aber umgekehrt scrollen weil gerade die Funktion geht dann mit Escape und W aber das nützt mir auch nicht äh wenn das Scrolling dann äh abgeschnitten ist ne das wäre ja interessant so ähnlich wie bei der Final Cartridge dass dann halt eben der andere Text der da drüber ist dann auch erscheint ne aber wenn ich jetzt hier ein Listing habe von 1 bis äh von 10 bis 350 und möchte die Zeile 10 sehen dann wäre es natürlich schön wenn ich jetzt hier nach nach oben scrollen könnte und die 10 die würde da auch erscheinen das tut sie leider nicht also ist das auch wieder so eine sinnlose Funktion die man nicht braucht dann gibt es noch eine Help-Taste einfach mal testen ich glaube da habe ich noch gar nicht drauf gedrückt Help hm was die macht weiß ich nicht Line Feed ok da geht ja eine Zahl nach unten aber dann kann ich da auch so machen ne hm vielleicht ist das Zeile nach unten ohne Enter aber da kann ich auch wiederum so machen hm vielleicht für Textverarbeitung ganz gut das kann natürlich sein also halten wir fest von den Funktionen die gut sind wäre auf jeden Fall No Scroll dass das stehen bleibt List Monitor Graphic gut dann braucht man das lange Wort nicht ausschreiben könnte interessant werden Run ja hm ja wie sagt man oder man kann ja auch dieses Kürzel nehmen ja äh ja hm was soll ich jetzt so jetzt sagen ne ja äh so viel zu den Tasten jetzt und jetzt sagte ich mir so jetzt könnte ich ja mal so eine Runde programmieren ich meine ich bin jetzt auch nicht jetzt hier so der Basic Profi in dem Sinne aber es gibt ja jetzt zum Beispiel äh diese Graphics sag ich mal diese Graphic Geschichte und da kann man verschiedene Sachen mit auf dem Bildschirm zaubern ich fange mal mit einem neuen Programm ein an fangen wir erstmal mit Color an genau wir wollen auch immer ganz gerne Farben haben da gibt es jetzt einen neuen Basic Befehl der nennt sich Co Color so dann kann ich jetzt hergehen sagen wir mal bei Color ähm warte ich glaube 4 Komma 3 Komma Komma 3 machen wir einfach mal 1 genau bei 4 ändern wir den den Rand den Bildschirmrand so das kann ich natürlich auch hergehen und sagen ich nehme jetzt nochmal eine andere Farbe 4 4 wäre dann eigentlich rein theoretisch ähm ne 4 ist blöd dann sehen wir die Schrift nicht weil wir nämlich die Schriftfarbe auch nehmen wir mal nehmen wir mal blau blau wäre 7 so das gleiche kann man natürlich auch für den Hintergrund machen 20 Color das ist dann glaube ich 0 0, äh was ich machen wir mal 0,2 dann hätten wir Weiß 6 wie sie sehen sehen sie nichts bei One Stop Restore kommt man ja praktisch ja in ausgangs Farb gestaltung hinein das kann man jetzt solcher sagen nehmen wir mal was ein bisschen was schön aussieht 0 müsste glaube ich schwarz sein ne dunkelgrau auch gut illegal in 20 ok 0 scheint nicht zu gehen warum nicht oder ist eins schwarz naja mal testen ok dann ist eins schwarz auch nicht schlecht oder man kann natürlich auch Direktbefehl machen da kann man die ganzen Farben nicht jetzt hier so ein bisschen durchzappen das funktioniert natürlich dann dementsprechend auch ja das habe ich irgendwie einen falschen Wert eingegeben 10 so kommt euch die Farbgestaltung bekannt vor so die Cursor Farbe kann man natürlich auch ändern das wäre dann Color ähm genau 5 5 heißt dann Schriftfarbe ändern sagen wir mal 0,8 ok 7 ist jetzt gelb ich glaube den Unterschied sieht man jetzt nicht so richtig machen wir mal 1 so jetzt sieht man das besser 2 wäre jetzt weiß theoretisch ja können wir ja meinetwegen so lassen warum nicht ja gut und schön ganz nett was hat man früher gemacht man hat früher gemacht poke 5 3 2 8 0,0 110 poke 5 3 5 3 2 8 1,0 120 poke 6 4 6 6,11 machen wir mal run 100 ja kommt genau das gleiche warum ja den Vorteil hier dran kann ich nicht so wirklich erkennen so viel hat sich da jetzt auch nicht geändert ob ich jetzt Color eingebe oder poke ja tut sich jetzt bei mir jetzt ist jetzt nicht so die riesen Innovation in dem Sinne jetzt gibt es ja noch diese lustige Taste wenn ich jetzt hier auf F1 drücke Graphic so es gibt es verschiedene Grafik Modis sage ich mal 0 wäre Text 40 Zeichen pro Zeile und Blockgrafik das wäre jetzt dann Graphic 0 also eigentlich der Standard so wie er im eingeschalteten Zustand auch wäre dann gibt es 1 hochauflösende Grafik dann gibt es 2 hochauflösende Grafik mit Textfenster und dann gibt es noch Multicolor Grafik Multigrafik mit Textfenster und 85 Zeichen pro Zeile da brauche ich einen anderen Bildschirm wieder genau diese Modis gibt es also von 0 bis 5 in Summe 6 mich interessiert in erster Linie der Modi 1 also hochauflösende Grafik einfach nur so und dann kann ich hier hinter noch eine Farbe angeben die Grafik soll eine bestimmte Farbe haben ich sage immer 0 0 wäre schwarz theoretisch also das ist auch so ein bisschen Halbwissen was ich jetzt hier mache und dann können wir mal anfangen mit einer Linie Linie wäre dann Draw und dann kommt eine 1 eigentlich muss ja immer eine 1 stehen ich kenne jetzt keine Situation wo da was anderes stehen muss das weiß ich nicht so genau und dann Komma Position Koordinaten wobei die Position links oben in der Ecke ist 0 0 wie so ein xy Koordinatensystem muss man sich das vorstellen und da muss man jetzt praktisch die Position bestimmen wo der Cursor hin soll so wenn der Cursor jetzt ein Cursor ist nicht richtig genau die Pixel wie viel Pixel hat der denn der hat nach rechts und links also in der x-Achse hat er 200 nein 320 Bildpunkte und in der y-Achse 200 also oben links in der Ecke 0 0 unten rechts in der Ecke wäre dann der höchste Wert mit 320 mal was hätte ich gesagt mal 200 wobei man sagen muss er fängt ja nicht bei 1 an zu zählen sondern bei 0 also wäre der letzte Punkt rechts unten in der Ecke ich glaube 199 mal und 319 genau die Mitte wäre jetzt ungefähr bei 160 so ich muss glaube ich zuerst x x wäre dann 100 wäre ich in x-Achse in 100 äh in der Mitte und in y-Achse bei 160 so dann muss ich noch sagen wohin da wäre praktisch der erste Punkt von der Linie dann sage ich ihm 2 gehen wir mal unten in die Ecke ähm was habe ich gesagt 899 zu 319 äh ne stopp Komma Komma 319 also genau von der Mitte bis rechts unten in die Ecke soll man jetzt eine Linie zeichnen so das habe ich jetzt vor in schwarz wie sie sehen habe ich da schon was falsch gemacht gut man kommt zum Glück mit One Stop Restore kommt man zum Glück jetzt wunderbar wieder raus ich mache hier meine 1 hin ok er hat eine Linie gezeichnet aber irgendwie komplett falsch so wollte ich die Linie ja gar nicht haben ähm von 160 von 100 zu oder es muss umgekehrt sein 160 zu 100 soll es sein dass ich mich da jetzt vertan habe ich mache mal hier einen Wert unter 200 rein ja dann ist es nämlich genau umgekehrt dann zuerst äh y 160 zu y wäre dann äh 319 zu 100 lassen wir mal so ja das kommt hin das ganze noch ein bisschen tiefer ähm und unten wäre der höchste Punkt 100 was hätte ich gesagt 199 also jetzt müsste das so sein wie ich es ursprünglich vor hatte genau von der Mitte bis unten rechts in die Ecke eine Linie so und wenn ich aber jetzt sage ich möchte dass die Linie weiter gezeichnet wird dann kann ich hergehen und sagen draw äh draw jetzt sagen 2 weil der Punkt wo er ist steht er schon fest der ist er bei 319 17 199 und von da aus möchte ich sagen wir nach ganz oben in y zu 10 188 müsste so leicht schräg links hoch die linie bis fast nach oben hin verlaufen okay genau in die andere richtung gut ich vertue mich jetzt so ein bisschen mit den koordinaten weil ich kenne das eigentlich nur so dass man zuerst x aufzählt und dann y und jesus wo genau umgekehrt jetzt macht das 10 wäre doch x egal da muss man sich auch ein bisschen rein fuchsen und genau beenden soll man das ganze eigentlich dann auch wieder mit graphic da brauchen wir gar nicht ausschreiben mit graphic 0 damit er auch nichts mehr im speicher hat okay jetzt hat man natürlich nichts gesehen dann bauen wir da mal so eine vorschleife ein oder so eine so eine key schleife 65 get k dollar k wie key geteilt durch if k dollar gleich nix wenn nix dann nix dann 65 das jetzt richtig jetzt drücke ich eine taste ja jetzt geht er wieder weg in graphic 0 gut wo wir gerade dabei sind das ist das nächste super feature an basic 7 gibt noch ein befehl nennt sich rename renumber jetzt achten wir mal eben ich habe hier 10 20 50 60 65 70 so jetzt renumber mache ich noch mal ein list und es wird aus der 65 wird ein 70 und hat auch in der zeile 65 wo oben steht 65 steht steht da get k dollar geteilt durch if k dollar gleich nix dann 65 hat er auch gleich umgeändert in sen 70 also diese logik erkennt er auf jeden fall auch und das ist auf jeden fall ein richtig super feature aber auch das ist nicht ganz neu weil die final cartridge ja auch schon konnte aber so kann der computer das wenigstens out of the box so dann würde ich sagen zeichnen wir mal weiter was gibt es noch boxen man kann auch boxen zeichnen ich liste mir eben noch ein programm zeil 80 manchmal wieder weg dann machen wir 80 box auch wir genau das gleiche 1, warum auch immer für die 1 steht weiß ich nicht machen wir 100 machen wir 100 mal 100 so das ist die position und jetzt gebe ich noch die größe ein sagen wir mal 80 mal 80 dann hätten wir ein schönes quadrat weiß gar nicht ob das schon reicht einfach mal run taste ja genau und dann hätten wir schon die erste box und jetzt habe ich kein graphic 0 fehl und deswegen passiert da auch nichts dann könnte man auch sagen ach weil das so schönes kommen wir machen noch eine box 90 100 zeilen 9 weg list machen wir noch eine box in 90 mal 90 und weil es so schön war in 100 mal 100 was jetzt richtig warum wird die kleiner die sollte doch eigentlich größer werden warum wird jetzt kleiner oder ist oder ist das jetzt hier die größe ok also genau umgekehrt dann gibt man zuerst die größe ein und dann die position gut wer was dabei gelernt dann gibt es noch einen lustigen befehl der nennt sich paint oder zirkel zirkel auch wieder 1, keine ahnung wofür die 1 steht was für die farbe ist kann auch sein position sagen wir mal 120 mal 21 dann braucht man nur nur den radius eingeben sagen wir mal 88 was passiert taste drücken ja und dann hätten wir einen lustigen kreis schön dann kann man das ganze noch auspainten wie so ein farbeiner einmal darüber überschütten paint auch wieder ich glaube muss auch eine 1, aber testen ich gebe einfach irgendeine position ein und gucke einfach mal ob das funktioniert achso taste nee das hat nicht funktioniert ich muss die gleichen koordinaten eingeben wie der zirkel hat vielleicht war das auch so ja ok da war der fehler man muss praktisch immer den mittelpunkt angeben was man painten möchte und dann fängt der auch lustig an herum zu painten ja in dem fall war es das dann mehr gibt es nicht zu painten gut soviel zu den mir bekannten ersten grafikbefehlen ja und dann kann man das ganze natürlich dann entweder mit einer vx schleife vx gleich 1 tu 555 wieder durch next x und dann könnte man den grafikmodus wieder auf 0,0 stellen mal schauen was jetzt passiert ja wenn ich jetzt einen text haben möchte zum beispiel in dem circle kann man zum beispiel dann sagen 125 ich füge das dann mal dazwischen scharre scharre wieder 1,17 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 genau der text soll jetzt in dem kreis stehen ich hoffe mal das war richtig ja das hat funktioniert das sind glaube ich die koordinaten die ich mir jetzt ausgesucht habe kann ich auch sagen do text sei mal in schwarz testen testen wenn ich jetzt hier mache ich erstmal so und dann versuche ich die koordinaten nochmal zu ändern ne er macht die auf jeden fall äh nicht farbig vielleicht gibt es da auch noch ein poke befehl keine ahnung genau da gibt es ja noch den fast und slow modus ja können wir auch noch mal ganz kurz gucken wie wir den einbauen was problem beim fast modus ist man sieht nichts ja das müssen wir mal gucken wir bauen mal den fast modus bei 0 1 sagen einfach mal fast machen wir mal 136 slow genau jetzt sehen wir das fertige bild ich kann ja mal die wartezeit ein bisschen länger machen oder wir machen get rein get a dollar get a dollar gleich gänsefüßchen sen 140 dann geht das bild erst bei tastendruck weg ja es geht auf jeden fall dann in doppelter geschwindigkeit es ist nur schade dass man das nicht sieht was er dann da genau zaubert aber es könnte ein schönes feature sein zumal wenn irgendwelche datazeilen eingelesen werden und wenn man dann vorher ein fast reinhaut äh dann ist man natürlich schon froh wenn das in doppelter geschwindigkeit geht also das ist ein modus der mir stand jetzt auf jeden fall erstmal sehr gut gefällt nur mit einem kleinen wermutstropfen das halt eben das ganze bildschirm dementsprechend nicht mehr sichtbar ist ich monte mal eben eine diskette ich lade dazu mal in den fieldbrowser 128 damit ich auf meine sd2ac karte zugreifen kann so äh was könnten wir jetzt mal nehmen ich glaube hier habe ich irgendeinen blödsinn auf was ich nicht mehr brauche ich nehme es einfach mal ist jetzt egal dann lösche ich die jetzt halt eben man kann ja jetzt hier drüber ganz normal wie man es gewohnt ist einen directory laden über diesen befehl das funktioniert wenn ich jetzt ein programm habe sag mal ich schreibe jetzt ein programm 10 print toll das ist mein hightech programm kann ich mir die list aufrufen alles gut und schön wenn ich jetzt direkt drauf klicke dann kann ich jetzt der directory aufrufen auch soweit gut und schön wenn ich jetzt die list aufrufe ist mein programm immer noch da das ist wirklich auch eine sehr gute funktion aber sonst war das ja mal so wenn man hier drüber dann lädt das directory von seiner diskette und klickt dann auf list ja dann ist das eigentliche basic programm weg oder auch wenn ich die taste nehme das basic programm ist und bleibt leider einfach weg und das ist das schöne an dieser d-funktion dass dann praktisch zwar das ausgegeben wird aber das eigentliche basic programm ist dann immer noch da also gibt es den befehl auch old ne old kennt er nicht dann kann man ein basic programm aufwert zurück holen aber das scheint es hier nicht zu geben dann open befehl so ich habe jetzt eine diskette gemountet zum herumexperimentieren jeder kennt ja den befehl open 1,8,15,n geteilt durch test 1848,00 geteilt durch klose 1 ups sorry mein fehler ich sollte auch klose 1 schreiben und dieser befehl funktioniert jetzt wohl hier nicht mit 0,1 nicht aber mit 0,15 ok machen wir jetzt nochmal ein launch Sternchen 0,8,1 äh dollar 0,8 und jetzt müsste ich dementsprechend äh habe ich jetzt die diskette gelöscht kann ich sagen hider hier tuxa 47 11,33 ich glaube das war es sogar schon are you sure yes i am jetzt warten wir einen kleinen augenblick und jetzt kann ich das direkt durch laden und schon hätte ich eine diskette formatiert das muss ich sagen ist endlich mal ein befehl der ist okay wenn ich mal mit den open 1,8,15 kam ich bis jetzt auch immer klar aber da hätte man schon das ein oder andere gespart so das soll es dann an der Stelle gewesen sein ich bedanke mich wie immer fürs zuschauen und verabschiede mich jetzt auch bis zum nächsten mal Glück auf